ja moin willkommen zurück zu der last hero of nostalgia wir haben letztes mal den zweiten großen gekillt der sehr an smoo erinnert hat aus darsturz 1 der war aber viel agiler als und ich musste den schild benutzen weil der hatte sehr wenige panische bepanische moments aber egal wie uns geschafft mit dem schild und strafen ging es dann wir haben hier in dem wir sind jetzt im gefilte des hexenmeisters und hier haben wir glaube ich drei dinge die sich erinnern können gefilte sechs mit mir hat man geschält und entsaftet uns fehlt eine fähigkeit die erinnerung mein besitzer hatte schon fast aufgegeben als er im schreien in dem hofer sich verwandelt hatte erlösung fand okay befehlte des hexenmeisters als sie alle instrumente der tradition verwarf alle werkzeuge des hand der handwerkskunst die bisher den fortschritt darstellten landete auch ich auf den abfallhaufen abfallhaufen hier muss es doch noch irgendwie weitergehen da ist nämlich hier noch was wo kommt man dahin da steht da hinten steht wieder unser kleiner pinker freund by the way wo sind wir lächle während sie dich auf dich einhauen versteckt deine gefühle kurze hölle sind wir ob der fuck tapfer kling ist verwittertes symbol das hier das verwitterte heldensymbol eines feigen helden einst hatte dieses symbol eine bedeutung ein vermächtnis das in die fortleben kann gibt dies an einem leuchtfeuer nostalgias zurück dann kannst du den händen symbol häufiger anwenden was kriegt man doch eigentlich erst nach bossen etwas tolles deswegen deshalb versuch es mit halte durch finger aber loch ok und nice können wir haben jetzt noch nie hier merkwürdig dass das einfach so darum lag dorf minen schacht es eine abkürzung was wo kommen wir hin gutes spieldesign aaaah aaaah geil ok wir sind aber immer noch nicht da hinten rüber gekommen leider aber hier ist nämlich der schmied immer doch mal hin weiß nicht ob wir irgendwas aufrüsten können aber machen wir das einfach mal wo ist unsere waffe hier hier fragmente tradition wenn nicht schade ok dann wieder zurück ich war da ist der regenbogen die regenbogen brücke langer weg es gab ja da noch einen anderen weg hinter der tür ok frame rate die frame rate hat ab und zu mal keinen bock und verabschiedet sich was ist denn die andere richtung hier sind wir hergekommen das nicht soll in nsc bleiben ok wird anderswo entsperrt ok dann können wir hier noch nicht weiter alles klar hexenmeister wenn sich vielleicht hier irgendjemand erinnern nichts vibriert alles klar ja wie viel seelen haben wir 1000 1500 reicht das ich schätze nicht oder wir brauchen mehr als das doppelte ok neues gebiet moin nachricht lesen heute jungs das soll das horror kids aus selda sein oder was das ist ein eichhörnchen versuche es mit geduld ja ja ui oh tschüss können also zaubern man sieht halt auch gar nichts ich sehe nur den staub auf meinem bildschirm ok da können wir nicht hin und ich habe vergessen das symbol abzugeben für noch dann hier schwert der verdienstbarkeit hier gefilde des hexenmeisters kann man ist ja auch die erinnerung ich erinnere mich noch an das unaufhörliche genögel der führerin meines helden ihr letzter streit fand in der arena der menhiere eines bosses statt der die herrschaft über sein reich verloren hatte ok also quelle so eine quellen dinge ok anscheinend hier können wir wieder nicht hoch ne doch müssen wir hier ein boss killen goldmünze 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 das gehört so du lappen ey gar nicht wie du mich von vorne backstabben konntest aber gut noch einer ja junge wie sie doch den vor mir anspiel ich kann nicht abvisieren hallo also gezinkter würfel heilung und schuss tschüss junge ok hier ist keiner mehr alright dann gehen wir hier die treppen hoch ok zeichen der jugendlichen unternehmung ja passt in eine kinderhand kann heimlich in einen der turmkist turmkristalle im gefilte des hexenmeisters eingesetzt werden ok hier oder was kristall entfachen ok kristall entfachen hier fehlt ein gegenstand ah jetzt können wir da lang zieh alles ok jetzt ist hier nicht mehr toxisch oder so da wollen wir natürlich hin ah ich sehe dich mini jung oh gott hoi ja man so äh ok hier haben wir wieder eine tür er steckt deine gefühle hey der ist britney clarkson britney clarkson ach du wieder junge ja kannst du mal aufhören zu rollen alter yo ist klar ist bei dir ey okay nein okay britney clarkson fingerwackler des antihelden was ist mit britney clarkson wer ist britney clarkson nsc stadt wir müssen auch noch mal in die nsc stadt um diese antihelden rüstung sich erinnern zu lassen wenn sich hier vielleicht irgendwas erinnern was haben wir hier okay wir sind jetzt auf der anderen seite von diesem eingestürzten ding da hier liegt jemand aha echt dass das spiel wieder abvisiert pass auf verwirrung hinter uns junge musst du hätte wir werden gleich umzingelt ne ok oder sind glattis die sehen so aus wie die skelette aus ocarina of time um ehrlich zu sein die locken uns nämlich zu gegnern wenn wir den nach rennen ein du denk an axt ok hier kann sich anscheinend eine irgendwas erinnern den kann axt aber wo Nee, nee, nee. Ey, Junge. Okay. Wir müssen den erstmal wegmachen. Der ist... Verschwindet aber. Oh, die werden zum Glück gestagert. Danke. Schild des Dieners. Das Hyrule-Schwert. Äh, Schild. Okay. Hör den, ja. Er haut wieder ab. Oh, ich hab's geahnt, dass hier der... Der Fahrstuhl ist geil. Ja, nice. Okay, äh, wir setzen uns mal hin. Schön. Ähm, geben das Symbol zurück. Zurück. Leveln. So, bam. Ja, sechs Heels. Danke. Äh, und jetzt das Schild lesen oder angucken. Um den Verbleib dieser Erinnerung weiß ein Relikt, das an folgendem Ort verweilt. Okay. Konnte meinen Helden an der Szene seiner tragischen Niederlage nicht beschützen. Eindeutig das Hyrule-Schild aus Ocarina of Time oder aus, sagen wir mal Zelda, das gibt's ja öfter. Dafür brauchen wir anscheinend was anderes, also ein anderes Relikt, um das Relikt zu sich erinnern zu lassen. Ja. So, wo ist jetzt... Hier ist noch einer, ja. Äh, aber was ist jetzt mit der Axt? Denk an Axt. Vielleicht hab ich die Axt noch nicht. Wo ist der? Oder wir müssen hier hoch. AHA, zwei. What the fuck? Hm? Ah! Help! Okay, was schießen die? Irgendein Status. Ich seh hier auch wieder nichts, ey. Okay, tschüss. Was ist hier drin? Hier oben. Ah! Wir haben... Uns fehlt ein Gegenstand, okay. Aber jetzt wissen wir schon mal, wo wir den Gegenstand hinbringen müssen. Ne? Ach, da steht eh nichts. Er hat sich nur dahin geglitscht und freut sich. Wow! Ach, hier! Jawohl! Visage des Verirrten. Okay. Das soll ein Horror-Kit sein, glaube ich. Die verpixelte Kopfbedeckung eines in der Dunkelheit verirrten Kindes. Ja. Während der Zonenboss darauf wartete, dass Helden die Menhiere erreichten, erteilte er jenen, die mich und meinesgleichen trugen, aus seiner Hütte Befehle. Ist das das, was wir hierfür brauchen? Ne. Das Bild ist aber geil. Hat weniger Stabilität. Aber wir nehmen das. Uhu. Geilo! Okay, hier ist irgendwo noch ein Viech. Da, ne. Weiß ja nicht, ob das uns jetzt angegriffen hat eben, aber gut. Denk an Axt. Ich höre dich. Ich höre dich, du Lappen. Das ist so nervig, dass man hier nicht mal kurz in Ruhe stehen bleiben kann. Ne, ich hab... Geht nicht. Keine Ahnung. Ich hab die Waffe anscheinend noch nicht. Komm her, du Lappen! Komm her, du Lappen! Die sind so... Okay, die verwandeln sich in Sprites. I see. Versuche es mit Geduld. Ui. Okay. Nein! Ach, dieses scheiß Input-Buffering. Buffer. Buffern. Okay. Hm? Tschüss. Jawohl. Hallo? Geschichte der Stärke. Splitter der Tradition. Ein Zugriff. Geschichte der Stärke ist wahrscheinlich... Ne, damit kann man... Ähm... Hier können wir dann weiter, wenn wir das Licht angemacht haben. Damit kann man einer Waffe Stärke-Scaling geben. Tag, die Herren! Hitbox wieder nicht durchgekommen. So. Wow, ey! Kleiner Mann! Los mit dir! So. Rette mich, Maske. Zeichen der jugendlichen Unternehmung. Ah ja. Da haben wir das Zeichen. Äh... Maske. Erlöser, freundlich, Führung. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal den Dings da hoch. Und dann sehen wir hier auch mal ein bisschen was. Äh... Oh, jetzt Paranoia. Da ist... Da saß noch ein Viech. Aber jetzt machen wir hier erstmal Licht an. So. Schön. Ja. Ui. Aussehen, so in irgendeinem Stand oder so. Mhm. Das Ding... Der Typ ist weg. Äh... Hier lang, ne? Ja. Äh, 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 äh. Mein Jung. Ich weiß nicht, was hier... Oh, hier kann ich aber runter. Ui. Ui. Ach, Lost Woods. Aha, geil. Oh mein Gott. Aber hier ist man viel krasser Lost. Kann sich hier vielleicht irgendwer erinnern? Nee. Komm her. Okay, oder nicht? Alter, oh mein Gott. Ist das hier... Ohne ich der Geschicklichkeit. Ah. Oh, Jungs, ey. Okay, da, den haben wir gesehen. Das habe ich mir gedacht. Nee, 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 nee. I see you guys. Okay. Du bist eine fucking Eule, Alter. So. Hier fehlte das Hexen... Hä? Da waren wir doch schon die ganze Zeit. Wo sind wir hier? Ich bin komplett lost. Sei eine fleißige Biene und stirb. Denk an Geduld und versuch es mit Neugierde. Oh, zur Hölle. Alter. Alter. Leere voraus, ja. Das sehe ich. Du bist nichts wert. Herzflussaltar. Stand da. NSC-Stadt. Scheiße. Dorfminenschacht. Herzflussaltar. Herzflussaltar. Oh mein Gott. Denk an weglaufen. Versuch es mit Freude. Gutes Spieldesign. Hier, das ist ein Fahrstuhl. Runter. Absolut keine Ahnung mehr, wo wir sind. Okay. Doggo. Oh. Okay. Holy shit. Vor vielen Folgen waren wir hier. Ah ja, das war der andere Fahrstuhl. In dem Dorf. Ach du Kacke. Okay. Holy shit. Aber da will ich ja nicht hin. Aber eine Abkürzung freigeschaltet. Ja, ich würde mal sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Gucken uns hier in diesem NSC, also NPC-Gedöns um. Äh, ne? Und dann, ich hoffe nicht, kommen wir irgendwo weiter. Es gibt so viele Wege. Ach du Scheiße, ey. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 John. Tschüssi. Vielen Dank.